Und wenn ich jetzt jemand etwas reinschreibe, dann kommt das... Also dann bleibt das im Internet. Also z.B. bei unserem Chat, das ist jetzt das hier. Ja. Nein, noch ein bisschen runter. Ah, ja, ja. Und das ist der Slang der Jungen, oder? Ja, ja, das ist natürlich auch schon... O-M-G-E heisst dann etwas... Genau. Also, wenn sie mal Zeit haben, kann ich ihnen das alles erklären. Nein, das ist... Ja, da muss Eva anfangen. Nein, aber ich finde es tiptop natürlich, weil die Jungen das machen. Und der Knäckebrot, der tut alles, das ist improvisiert, oder? Ja, ja, ja. Oder gibt es da... Ich bin jetzt nicht wirklich heimisch ausbraten. Ich bin ja da natürlich auch... Aber ja, das ist... Das ist verrückt! Das ist verrückt! Nein, es ist... Ich bin total Fan, wie die Jungen das machen. Nein. Und die Sendung ist da, äh... Das ist, äh... Fernsehen, da! Das ist, äh... Vielen Dank.